Panik nach Mischkonsum von Chris Hey, ich bin Chris, 36 Jahre alt. Hier ist meine Story. Es war Freitag und wir haben mit Nachbarn ein Feuer im Garten gemacht und Glühwein getrunken. Nach ca. einem Liter Glühwein und einem Bier war ich richtig gut drauf und dachte, hey, ich hab ja noch 1 DLSD im Kühlschrank. Komm, ich nehme eine Viertel Pappe, also ca. 35 Mikrogramm. Ich dachte, so, jetzt wird alles noch ein wenig bunter. Geil, geil, geil. Nach 2 Stunden ging ich nach Hause, um auf dem Sofa zu chillen und dachte so, jetzt ein bisschen kiffen. Das wäre mega. Ich also den Vaporizer hochgefahren und ein Kopf nach dem anderen gepafft. Mir ging es echt gut. Nach weiteren 2 Stunden gegen 22 Uhr ging es mir plötzlich gar nicht mehr gut. Ich bekam das Gefühl, ohnmächtig zu werden. Eine Hitzewelle nach der anderen. Ich hatte sofort Panik, dachte ich muss sterben. Dann bekam ich den üblen Kackreiz. Ich also auf Klo. Dort wieder das Gefühl in Ohnmacht zu fallen. Ich dachte mir noch, Cola wäre vielleicht gut, aber gleichzeitig dachte ich, mein Herz würde dann bestimmt direkt abkacken. Meine Frau kommt zu mir, die nicht wusste, was ich alles drin hatte. Sie sagte nur, Mann, bist du blass, was mir noch mehr Angst machte. Ich habe also erzählt, was ich mir angetan habe. Die Reaktion machte mir dann weiter mega Panik. Meine Frau ist nicht als Tripsitter zu empfehlen. Ich dachte ständig, dass mir keiner helfen kann, weil ich dann ja Stress mit den Bullen bekomme. Ich hatte mich mit der Zeit langsam beruhigt, habe mich ins Bett gelegt. Dort dachte ich natürlich weiterhin, dass ich diese Nacht nicht überleben werde. Dann sind Halluzinationen eingefahren, die echt schön waren. Ich habe, glaube ich, den Urknall gesehen. Das war echt mega. Dieses Erlebnis hat mich mehrere Tage beschäftigt. Ich gehe also erstmal zum Arzt und lasse abchecken, ob mit meinem Herz alles okay ist. Ich hatte geglaubt, dass die Drugs einen versteckten Herzfehler quasi sichtbar gemacht haben. Dass der Mischkonsum an den Kreislaufproblemen schuld sein könnte, hatte ich nicht auf dem Schirm. Vielleicht habe ich diese Erfahrung gebraucht. Jetzt mixe ich nichts mehr. Nochmal hier ein Nachtrag nach meinem Arztbesuch. Ich erzählte meinem Hausarzt die komplette Story und hatte natürlich Schiss, dass sie meine Dummheit irgendwie sauer macht. Mein Doc war relativ unbeeindruckt und hat noch so erzählt, dass LSD ja auch mittlerweile als Therapie eingesetzt würde. Er hat mich dann gefragt, wovor ich denn jetzt Angst habe. Ich sagte, ich habe Angst, dass mein Herz jetzt kaputt ist, weil ich ja dachte, ich müsste in dieser Nacht sterben. Er sagte, wir schreiben ein EKG. Das Ergebnis war, ich bin gesund und solle die ganze Sache einfach abhaken und nächstes Mal meinen Kopf einschalten. Das hat mich auf jeden Fall beruhigt. Ich lasse erstmal ein bisschen Zeit vergehen, bevor ich wieder einen durchziehe. Beste Grüße, Christian. Mein persönlicher Senf. Ja, vielen Dank, Chris, für diesen interessanten Bericht. Ja, das ist natürlich nicht so schlau, generell Alkohol mit Halluzinogen zu mischen und dazu dann noch zu kiffen. Also gerade LSD und Cannabis können sich halt gegenseitig unglaublich pushen. Und wie schon gesagt, wenn man dann noch einen Liter Glühwein und ein Bier dazu rechnet, ja, dann kann das auf jeden Fall auch mal so enden. Ich glaube trotzdem nicht, dass es irgendwie körperlich gefährlich ist, weil du hast ja jetzt von allem, sag ich mal, keine gigantischen Mengen genommen. Ja gut, außer vom Kiffen, so wie sich das angehört hat. Aber Gras ist ja generell eher, sag ich mal, ungefährlich. Es geht zwar ein bisschen, sag ich mal, auf den Blutdruck und ja, man kann halt auch Panikattacken und so bekommen, auch von Gras alleine, aber ich denke mal nicht, außer du hattest halt vorher schon wirklich einen Erzfehler oder so, dass das in irgendeiner Weise gefährlich ist. Ist natürlich trotzdem nicht zu empfehlen, gerade wenn man dann halt, sag ich mal, Panik bekommt und einen Bad Trip schiebt. Das möchte natürlich keiner, logischerweise. Und von daher, und natürlich auch, dass seine Frau nicht eingeweiht war von Anfang an, das kann natürlich auch nochmal ein bisschen dafür sorgen, dass man mehr Panik bekommt, einfach weil man was verheimlichen muss oder etwas verheimlicht. Deswegen würde ich jedem raten, konsumiert keine Substanzen mit Leuten, die nicht cool damit sind, sag ich mal so. Oder wenn, dann sagt es denen vorher, vielleicht finden sie es nicht gut, aber dann habt ihr zumindest nicht dieses Problem, dass ihr irgendwas verheimlichen müsst und die ganze Zeit im Hinterkopf habt, ah, die dürfen das nicht merken, ah, scheiße, was mache ich jetzt? Und dann habt ihr halt auch niemanden zum Reden, wenn ihr dann wirklich einen Horrortrip schiebt, beziehungsweise die anderen Leute wissen nicht, was mit euch los ist und denken vielleicht, ihr seid total komisch, so nach dem Motto. Und von daher, habt am besten wirklich immer einen nüchternen, eingeweihten Tripse da dabei, der genau weiß, was ihr genommen habt und auch so ein bisschen, wie man damit umgeht, beziehungsweise, wenn es euch dann wirklich richtig kacke geht, dann könnt ihr auch mal den Notarzt rufen, nur sagt am Telefon dann nicht, dass ihr illegale Substanzen genommen habt, sagt einfach, es geht euch nicht gut. Und wenn ihr dann da sind, dann könnt ihr es sagen, aber wenn man das halt schon von vornherein am Telefon sagt, kann es halt sein, dass die Polizei direkt mitkommt. Und das möchte auf jeden Fall niemand, dann in so einem Zustand noch irgendwie durchsucht zu werden oder so. Ja, deswegen. Macht das schlau und waltet es für euch. Und wenn der Arzt dann da ist, könnt ihr es dem immer noch sagen, dann hat, dann gibt es da ja auch die ärztliche Schweigepflicht. Von daher darf der Notarzt dann nicht irgendwie die Polizei einschalten oder so. Ja, aber ansonsten nochmal Danke, Danke für diesen interessanten Bericht. Falls ihr einen Bericht für mich habt, könnt ihr mir den natürlich auch immer gerne schicken. Meine E-Mail-Adresse, wie immer, tripberichte at tripberichte.de. Checkt auch gerne mal meine anderen Videos aus auf meinem Kanal. Und auch gerne den Kanal von Rolle, also meinem Kollegen Rolle, DeoRoller83 heißt der Kanal. Da sind auch jetzt die ganzen Camino-Videos, also unsere Pilgerreise auf dem Jakobsweg. Ich habe ja jetzt auch mal quasi so Chris läuft, die Serie Chris läuft gemacht. Weil wir haben immer gejuckt, weil Chris ist immer vorgelaufen. Und ja, könnt ihr euch ja auch gerne mal reinziehen. Und ansonsten wünsche ich euch allen noch eine wunderschöne Zeit. Einen tollen Tag. Bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören und sage, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.